Hallo, mein Name ist Wolfgang Groß, ich bin der Regisseur von Enrico Oscar und das Herzgebreche und ich freue mich total, dass der Film jetzt auch für Blinde und Gehörlose zugänglich ist. Es ist ein Film für die ganze Familie und ich hoffe, ihr habt alle Spaß daran, egal, weil das Tolle ist nämlich mit dem Film, da geht es darum, es ist egal, ob wir alles super können. Kein Mensch kann alles super und ich glaube, dass es dann für den Bereich nochmal speziell ist, weil darauf kommt es nicht an, es kommt darauf an, dass man das, was man kann, daran Vertrauen hat und das, was man nicht kann, kann man halt vielleicht mit einem Freund, z.B. das Rico und Oscar machen, ergänzend machen, dann kann man ganz viel. Insofern freue ich mich ganz besonders, dass das bei 2Ls bei Greta & Starks zu kriegen ist und dass er dann hoffentlich, genauso wie ich, ganz viel Freude an dem Film macht.